herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal und zwar haben wir wieder jede menge neuen stock reinbekommen und wir werden euch den jetzt zeigen unter anderem wie ihr hinterher sehen könnt sehr sehr viel represent nämlich die endlich die neue kollektion viele von euch haben darauf gewartet jetzt war es ist es soweit es gab durch corona einfach ein bisschen lieferschwierigkeiten aber ja es sind mega krasse sachen und ich habe mal so meine lieblings teile aus der kollektion hingehängt wenn ihr euch jetzt zeigen das hat natürlich nicht klappt alle hin zu hängen weil es sind aber so so viele unterschiedliche teile über 350 artikel bekommen die findet ihr bei uns jetzt auch alle online ihr wisst halbneels.com checkt das auf jeden fall ab und ja ich werde euch jetzt mal meine favorites zeigen ich habe auch schon eins meiner favorites an seht der fit ist echt zig die qualität ist mega geil und ja let's go bei anderem hätten wir hier diesen hoodie ich finde dieses wash grey sehr sehr geil der print ist mega krass die qualität ist auch absolut geil wie bei jedem represent piece schnitt ist wie immer oversize drop shoulder leicht cropped der übliche represent schnitt ich finde qualitativ haben die noch mal echt einen draufgelegt bei dieser kollektion einfach noch gelungener als die vorherigen meiner meinung nach und ja das wäre der erste hoodie den gibt es in form von einer sweatshirtjacke noch einem sweater einem t-shirt also in jeglichen ausführungen ich fand einfach den hoodie am besten weil ich eher so der hoodie mensch bin und ja genau dann hätten wir einen weiteren und zwar könnt ihr sehen hier ist das so ein vintage stil gehalten also das soll so ausgeblichen wirken ist auch ein wash grey wir haben hier so kleine distress parts und ja geiler hoodie fit auch mega krass gibt es auch noch in beige sowohl als t-shirt als auch als hoodie genau das gibt es auch als t-shirt noch einfach geil dann hätten wir noch dieses t-shirt was hat mich da überzeugt die pocket tasche fand ich sehr geil ich finde dass das wieder total im kommen ist außerdem finde ich die farbbar mit dem rot und wash grey ist sehr sehr geil auch oversize geschnitten ich bin 1 82 70 kilo und frage in allen pieces mehr m genau dass ihr bescheid wisst dann kommen wir schon zum nächsten pocket t hier haben wir für represent üblich diese emily in der stil richtung drauf nicht sehr cool und der backprint der hat mich komplett umgehauen finde ich richtig richtig geil weil ich bin gerade kann man wieder sehr geil grünen töne tragen das ist sehr sehr stark und kommen wenn auch dieses t das auch fand ich sehr geil weil ich mag autos auf t-shirts so ja und hier ist ein royce drauf also geiles t-shirt gibt es in beige und in schwarz das ist immer so ein vintage black weil wir presentieren auch kein tiefes schwarz dann hätten wir noch diese beiden items so es gibt es beides auch in beige und in schwarz also sowohl t-shirt als auch hoodie fand ich auch sehr geil ich fand den druck einfach mega clean und den backprint sehr sehr geil t-shirts sind auch hier am kragen so leicht distress alles oversize geschnitten die von euch die schon mal ein represent t-shirt oder item generell hatten wissen wie krass einfach die qualität ist weshalb wir auch froh sind represent retailer zu sein und ja dann kommen wir auch schon zu den flanels haben wir hier einmal das ist in so einem british green finde ich sehr sehr cool auch qualitativ ist das auch echt geil das ist sehr dick robust würde ich schon fast sagen also das könnt ihr auch easy einfach im herbst wahrscheinlich mit dem t-shirt runter tragen im sommer auf jeden fall auch abends das haben wir noch in einer weiteren ausführung wie jeder weiß braun hülle sind gerade sowieso sehr im trend deswegen haben wir das auch von braun geordert hier haben wir keine distress parts bei diesen beiden panel händen aber bei diesem hier fand ich die war sehr geil das ist vom material ganz anders ich weiß nicht ob ihr das hier sehen könnt aber das hat eine ganz andere struktur und textur und ist hier unten distressed ist auch alles minimal oversize geschnitten meine planelles aber ja dazu haben wir noch die passende hose das muss ich euch jetzt zeigen weil das hat mich beim einkaufen als ich vor einem jahr in wailand war ihr müsst euch vorstellen ich habe das ganze vor einem jahr schon bestellt sprich ich habe wirklich darauf spekuliert dass braun und grüntöne jetzt im trend sind und genau so ist es zum glück geworden ich habe noch zu diesem planell die passende hose nämlich mit geordert ihr seht wir sind in diesem distressed part ist das planell mit eingearbeitet das hat fand ich einfach so nice und sah bei dem model so gut aus dass wir einfach gedacht habe das darf auf jeden fall nicht fehlen würde ich sehr cool die represent hosen sind also die jeans in dem fall ist leicht baggy geschnitten aber eher in richtung skinny sprich wenn ihr sollt eine size up gehen wenn ihr die baggy haben wollt also leicht baggy und ist ein cooler washed blau sand farbton genau auf jeden fall auch sehr cool die ganzen preise und alles drum band findet ihr bei uns auf der website dann kommen wir natürlich zu einem mega krassen piece haha das habe ich auch schon an wie ihr sehen könnt also ja das ist ganz cool der kragen ist ein bisschen weiter nach oben geschnitten was ich echt cool finde genau also ihr seht das hier ist eine xl also der ist wirklich ein xl sehr groß das ist jetzt die m genau je nachdem wie oberst heißt ihr das mögt dazu haben wir dann noch den washed black hoodie das gibt es auch in form von einem t-shirt wie gesagt das alles auch in form von t-shirts und sweatshirts hoodies alles drum und dran ja der print ist einfach geil ich mag also dieser used look bei einem print ich finde das sieht richtig richtig gut aus dann hätten wir noch diese beiden items sind er also war ein teil der basic collection bei represent also ist der represent drauf was ich da cool gefunden habe hier die farb kommt zwischen beige und gelb und hier mit diesem grün finde ich einfach nice das ist auch sehr hochwertig bestickt wie ihr sehen könnt also sehr sehr wertig das ganze jetzt kommen wir zum zwei kleine geschicken wahrscheinlich jeder von euch kennt oder schon zumindest mal gesehen hat die beiden represent cargos die schwarze ist meine all time favorite cargo trage ich gefühlt leider auch im instagram bild ja aber ich habe trotz einem immer wieder danach gefragt ja das ist eine represent cargo da haben wir letztes mal in die ersten drei tagen alle verkauft gehabt das war so crazy deswegen haben wir jetzt von diesen mal echt viele gestellt weil die sind einfach so perfekt man kann wenn man sie weiter tragen möchte unten den bund weitermachen wenn man sie enger möchte kann man den bund enger machen und hat hier die klassischen cargo pockets und ja einfach sehr sehr geil auf dem material die habe ich noch in so einem dunklen braunton mit bestellt finde ich kommt sogar jetzt noch viel geiler als der prototyp deswegen ja zwei mega hochwertige cargo pants hier für alle die auf der suche nach den perfekten cargo pants sind ich würde mal behaupten dass die von represent mit die besten auf dem markt sind ja genug zu represent hier gehen wir mal weiter ins lager hätte ich gesagt oder kommt mal mit hier lächelt sich schon eine sehr spezielle box an und zwar haben hier den blazer von im zusammenarbeiten readymade sieht sehr sehr krass aus wie ich finde also sehr geil sehr ausgefallen man muss es mögen aber ich finde es echt cool wirklich cool ja sehr cool dann haben wir natürlich noch einige paare vom die meisten werden den schuh kennen off-white converse rein bekommen finde ich auch echt cool wenn man ich muss sagen ich persönlich bin nicht so der chuck träger deswegen gibt es da kein paar für mich personal aber für die leute die gerne chucks tragen ist es ein sehr geiler schub wie eben what's new video dürfen natürlich nicht jede menge dunks fehlen diesmal gab es sehr viele speed dunks unter anderem den nfm dank finde ich absolut geil also der ist wirklich sehr sehr geil den habe ich noch nicht vielleicht sollte man den noch ja sich privat gönnen aber geiler ist dann haben wir noch den pink pick ja wer den namen schon sagt in so einem ja zweinchen rosa gehalten auch echt cool dann hätten wir noch diesen dank hier rein bekommen er ist sehr ausgefallen muss man schon dazu sagen das wäre jetzt nichts für mich aber ja für den einen oder anderen auf jeden fall sehr geil ja natürlich gab es nicht nur dank sondern auch john 4 ich meine john 4 und die dank sind ja gerade die gehypnissen deshalb gab es mal wieder ein restock und zwar bei den airjohn 4 firewrap in gs und mann size ganz wichtig weil die meisten auf der suche nach gs sizes sind ja auch richtig richtig cool schwarz rot weiß macht noch nie was falsch mit passt auch finde ich zu jedem kleiner schrank genau dann hatten wir noch ein bisschen eine extravaganteren dank und zwar grateful dead in gelb und grün ein sehr eigener schuh aber irgendwie cool ich weiß nicht ich finde der hat irgendwas liebe freunde unser dank paradies natürlich jede menge von den basic dank schwarz weiß west grey dem rot grauen und ja football grey natürlich rein bekommen deswegen genau könnt ihr auf jeden fall unseren stock abchecken ja unser momentan wahrscheinlich der größte bestseller die meisten werden es vom vorherigen video können falls ihr das noch nicht gesehen habt checkt es auf jeden fall ab der auf jeden fall nicht ich zeige euch jetzt den richtigen einen moment und hier haben wir den richtigen lost schon wieder lost perfekt so Leute wir haben es auch noch geschafft hier ist er ja der hyper roy wie gesagt einer der schuhe des jahres einfach geil da gibt es wenige paare noch bei uns online aber einige gibt es noch dafür wie gerade schon gezeigt es gibt jede menge university blue wieder bei uns online auch ein geiler schuh muss man einfach sagen sehr sehr cooler schuh dann hätten wir noch dieses wunderschöne stück hier rein bekommen das muss man wirklich auch mögen ihr merkt es sind viele stück dabei die grünen enthalten bei dem ist die besonderheit das material also das ist ein sehr sehr eigenes material das kennen wir es oder und nicht alles zum Beispiel das ist hier nicht der profi ja das hier Wildleder und das ist hier Wildleder Parts und hier Canvas Parts also der ist nicht aus normalem klassischen Jornleder das ihr kennt aber finde ich auch cool für den Sommer vor allem wenn die Sohle ist noch in diesem grünton gehalten dann hätten wir noch diesen coolen Sneaker rein kommen ihr merkt schon es hört gar nicht mehr auf aber wir kriegen in letzter Fall so unfassbar viel Ware dass wir gar nicht mehr hinterher kommen also das ist echt crazy und zwar diesen Jorn hier der ist in Zusammenarbeit mit PSG sieht sehr krass aus also wirklich geiler Schuh ihr seht das Swoop ich weiß nicht ob man es auf dem Handy sieht aber ja es schwimmt sehr cool auf jeden Fall genau so dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Paar was wir hier neu rein bekommen haben und zwar jede Menge Air Force in Zusammenarbeit mit der Supreme sowohl schwarz als auch weiß hier wird wissen wie dieser schon ordentlich sieht wie ein normaler Air Force einfach nur ein kleines Supreme Logo haben wir dabei ja geiles Paar Schuhe auf jeden Fall geht immer macht man nichts verkehrt mit ja dann werden wir uns jetzt mal zurück und bedanke mich bei allem die bis jetzt dran geblieben sind ihr findet alle Paare die wir euch jetzt gezeigt haben bei uns online unter hypeneats.com der Swipeup Link oder Swipeup gibt es natürlich nur auf Instagram der Link ist auch in der Videobeschreibung deswegen checkt es auf jeden Fall ab und machts gut bleibt gesund haut rein tschau 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 tschau